Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der letzten Mission der deutschen Kampagne, war das glaube ich. Und ich muss mich hier direkt, das habe ich mir nämlich überlegt, ich muss mich hier direkt mal zurückziehen. Weil mir das hier nicht gefällt, mit den ganzen Fliegern. Baller die Spitfire ab hier. Weil mir das nicht gefällt und... Oh Mann, die RAF-Flieger wieder. So, die Bomber, genau. Wartet mal, ich muss mich jetzt hier erstmal nochmal neu sortieren. Dieser Bomber, der kann mal auf die Flakta gehen. So. Boah, das reicht noch nicht mal, was? Okay, ihr ballert bitte den Bomber weg, das ist sehr schön. Da würde ich nämlich ganz gerne mal... Da kommen die nächsten Bomber. Und ihr bombt bitte die Flakta hin, weil wir haben ja beim letzten Mal hier gesehen, dass sich hier die Amis einmischen. Bzw. eingemischt haben, ne. Wartet mal, hier ist eine Mücke oder so. Auf meinem Schlafzimmer. Schlafzimmer, was laber ich denn da in meinem Zimmer? Und... Ach du Heilige! Was kommt denn da jetzt alles an? Wow. Aufbefehl. Okay. Ähm... Das ist ziemlich viel Artillerie, was ich da gerade eben gesehen habe. Boah, schau dich das an. Mach die im Arsch hier alle. So. Was zur... Okay. Ähm... Ich muss mal meine ganzen Schiffe... Mal hier nach vorne ziehen. Ihr... Ihr merkt, es hat angezogen. Oh nein! Jetzt kommt der mit seiner Mistartillerie hier an, ey. Ah, die Artillerie in diesem Spiel, die ist so unfair. Schaut euch das an. So, mein Gott. Wer schießt denn hier? Wir werden angegriffen. Schießt mal um euch. Das ist meiner. Okay, sehr gut. Wir haben ja noch diese Spione hier, ne? In diesem einen... In diesem Schiff. Da würde ich sagen, ziehe ich die mal nach. Was hier unten? Was wollen die denn hier unten, sagt mal? Ja, das sind nur Luftkämpfe. Das ist... Oh, schaut mal diesen Jäger an. Der sieht schon ziemlich modern aus, finde ich. Für Zweiten Weltkrieg sieht er ziemlich modern aus. So, wo sind meine Einheiten? Da kommen sie. Sehr gut. Dann einmal entladen, bitte. Boah! Dann einmal hier bitte entladen. Wir brauchen nämlich unbedingt die Verstärkung hier. So, die Spione. Die sind wichtig. Die sind wichtig. Jetzt kommt er hier an. Wow. Mist. Jetzt kommt er hier an. Und dann nicht direkt auf meine... Boah, Gott sei Dank. Zum Glück hat er daneben gebombt. Könnt ihr da drauf schießen? Ihr könnt da drauf schießen. Achte Flotte. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss mir das echt mal überlegen, weil die... Bauen sie ein Stadtzentrum. Wo ist... Wo kommt die denn her? Blöde Panzer da. Boah. Okay. Ich brauche hier nämlich hier diese Spione. Oh, das ist gerade ein bisschen zu unübersichtlich, finde ich. Also, ähm... Boah. Da kommen jetzt die Armeen. Marine-Soldaten. Okay. Oh, wie soll ich mich jetzt hier durch? Wartet mal. Sehr gut. Wie soll das denn jetzt gehen? Ich muss hier tatsächlich, äh... Das ist gerade ein bisschen arg unübersichtlich. Aber wir können ja... Ja, ist ja gut. Was ist denn hier los? Boah, die Flieger. Ich glaube, wenn wir nämlich diese, ähm... Militärgebäude einnehmen... Dann können wir nämlich Einheiten bauen. Oder wie war das, ne? So. Oder? Spione? Was bringen die Spione denn jetzt nochmal? Boah, voll gebombt. Ach, um Himmels Willen. Leute, was macht ihr denn da? Die machen gar nix? Was macht ihr da, Spione? Die hauen da drauf. Hä? Wartet mal. Infiltrieren sie... Hinbringen und das anwählen. Okay. Hinbringen und das anwählen. Wir sollen also das hier infiltrieren. Und das anwählen. So, aber wie geht das denn jetzt? Ah, okay. Okay, alles klar. Und für unsere Zwecke umgewandelt. Hallo, bleibt ihr mal bitte ruhig. So, dann, äh... Boah, wir haben ja fast gar nix mehr übrig, ne? Oh, Mist, Leute. Ich glaube... Diese Flieger. Ich brauche unbedingt Jäger hier. So, brauche mal bitte ein paar Jäger. Ich brauche unbedingt Jäger. Schaut euch das an. Na, Jägerbomber. Das ist natürlich uncool jetzt, ne? Das ist echt uncool grad. Aber die heilen sich alle hoch. Oh, Gott sei Dank. So, hier ist einer von mir. Achte Flotte. Ihr könnt mich mal, achte Flotte. So, wir sollen hier ein Stadtzentrum errichten. So, die Bürger. Was? Ach, hier sind noch welche. Was sind das für welche? Transportflugzeug. Ähm... Ja, aber das sind Transporter. Ja, aber... Wie kriege ich denn da die Einheiten rein? So, wartet mal. Kann ich hier nix bauen? Was zur... Da ist der... Da ist der amerikanische Flugzeugträger. Okay, das heißt, wir müssen die... Schiffe noch mit einsetzen. Gut, dann bewegt euch mal nach da vorne. Ihr steht alle zusammen, ja? Nach diesem Ballon im Arsch. So. Ihr steht bitte zusammen. So. Gut, ähm... Das Buckingham-Palast. Ach, Mensch, so. So, dann haben wir jetzt hier das Schiffchen. Und dann können wir die Bürger rübernehmen. Ja, Leute, das ist halt gerade ein bisschen, äh... Schwierig, diese Mission, ähm... Tatsächlich schwieriger als am Ende, als erwartet, ne? So, dann schießt ihr mal bitte diese Flugzeuge ab. Haha, sehr schön. Wow. Okay. Diese RAF-Bomber, mach die mal weg da. So, und ihr müsst jetzt unbedingt diese Artillerie da platt machen. Sie müssten eigentlich nichts aushalten. Ja, seht ihr das? Falschirm-Springer los! Falschirm-Springer los! Was? Falschirm-Springer los! Was? Wo denn? Oh! Ach, wie geil! Fallschirmjäger. Okay, wir kriegen nochmal... Aha! Okay, wir kriegen nochmal Unterstützung. Sehr gut. Mein Transporter, der ist hier. Oh Gott. Das sind aber nur Jäger. Okay, ähm... Einmal, äh, Stadtzentrum. Aber wir kommen hier noch nicht rein, ne? Ah, das ist eklig jetzt gerade. Das ist echt eklig. Die feiern nur auf Sicht, okay. Boah, ey. Nein! Um Gottes Willen! Puh, 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 okay. Ihr blöden Amis! Was mischt ihr euch hier eigentlich ein? So. Ihr schießt bitte die Mauer kaputt. So. Ah, sehr gut. Bäm's! Wunderbar. Ah, die Kriegsschiffe können ja dann dieses Turm hier platt machen, ne? Ah, ha, 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 sehr schön. Und weg damit. Jawoll. Hallo? Schieß doch mal da drauf. Ähm, ja, der Flying Dragon Games, der hier auch dieses Spiel mitschaut, hat gesagt, dass das wie ein Schlachtschiff aus Koanekonka aussieht. Ist tatsächlich so. Also, ähm, es ist tatsächlich so, das sieht echt haargenau so aus. Ja. So, ähm, wie machen wir das denn jetzt hier weiter, ohne dass wir hier abgeballert werden? Ich bräuchte noch weitere Jäger eigentlich. Was? Nein! Wo kommen die denn her? Ach, um Himmels Willen. Shit. Da steht noch was drin. Na toll. Da steht noch was drin, ihr Penner. Äh, kann ich Bürger bauen? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, dass ich hier Bürger bauen kann. Ja, kann ich. Gott sei Dank. Gut, ähm, dann müssen die einmal hier unten hinlaufen, bitte. Wo werden wir denn schon wieder angegriffen? Hat da einer mein U-Boot versinkt? Scheinbar. Die blöden Amis. Ist aber gut, die können hier halt nichts machen, ne? Das ist halt auch genial eigentlich, dass die hier nichts machen können. So, die Fallschirmjäger, die können wir mal... Ah, geht nicht. Mist. Genau, die ballern schön die Flachse im Arsch. Finde ich gut. Ähm, ja. Was ein Glück, dass wir diese Fallschirmjäger noch gekriegt haben, ne? So. Hier kann ich auch nichts bauen. Kann ich hier irgendwas... Zerstören sie alle US-Gebäude. Okay, dann machen wir das doch. Ich hoffe, dass das mit den Einheiten, die wir hier haben, klappt, ey. Ich hoffe es so sehr. Aber ich glaube, wir sind auch einen guten Weg, Freunde. Das nervt halt hier, ne? Diese Flieger. Aber... Gut, so viel machen die ja eigentlich gar nicht, ne? Die schießen immer noch nicht auf diesen Toren. Ah. Okay. Jetzt weiß ich, warum die nicht schießen. Der ist nämlich schon kaputt. Ist klar. Jetzt hört doch mal auf. Blöde RAF-Bomber. Gut, aber wir sollen einfach... Alle US-Gebäude platt machen. Ja, dann... Von hier oben... Was zur Hölle? Meine anderen Spione sind wahrscheinlich auch schon weg, oder? Nee, hier. Was? General, ich habe verstanden. Binjaden. Was? Ich habe bin Laden verstanden. Nee, oh Mann. Ach, wartet mal ein Stadtzentrum. Ach, verdammt. Ich muss noch mal hin und her hier. Verdammt. Ach, ja. So, was haben wir hier? RAF, ey, echt. Come on. Hier könnt ihr alle schön abballern, ja? Oh. Oh, meine Maus ist gerade ein bisschen... Ha, 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 ha. So. Oh, das wäre jetzt gerade ein bisschen viel. Achte Flotte. Ich habe genug Verwaltungsbeamte am Bahnhof von Paris für eine Besatzungsregierung in London versammelt. Oh, geil. Oh, geil. Okay, alles klar. Stadtzentrum oder Kapitol. Wir werden angegriffen. Ja, aber... So. Dann könnt ihr schon mal da rein, ne? So. Wunderbar. Wir haben noch mehr Bürger. Einfach so geschenkt bekommen. Das finde ich sehr gut. Was ist das denn hier für einer? Ein Fallschirmjäger noch. Ja, dann schieß dich mal durch. Wir werden angegriffen. Was zur... Wir werden angegriffen. Hört mal, Leute. Jetzt reicht es aber mal langsam. Zum Glück sind die blöd. Ehrlich. Was war das? Was war das? Wir werden angegriffen. Ich habe hier unten was Rotes gesehen. Ah, der Kreuzer, der macht hier einen guten Job, muss ich sagen. So, dann macht ihr mal bitte... Das hier bitte. Einmal bevölkern. Oh, die Flieger. Die Nerven. Aber, wir haben ja das Flaggschiff. So. Fahrt jemand bitte da hinten hin. Ich brauche jetzt eigentlich jede Einheit hier. So, der Bürger ist gleich da. Sehr gut. Dann können wir nämlich zum finalen Schlag aushauen hier. So. Ah. Guckt mal da. Wir haben hier tatsächlich... Ja, okay. Hier ist das Flugfeld von den Penon. Haha, ich habe das Flugfeld gefunden. Kommst du hier noch irgendwie dran? Kommst du hier ran? Schieß doch da drauf, Mann. Oh, Mist. Ja, okay. Das war es dann mit dem... Hahaha. Das war es dann leider mit den Schiffen. Aber wir haben schon mal die RAF zumindest um einiges geschwächt. Das liegt aber auch an dem Scheiß-Bomber hier, ne? Der kann aber auch nicht da drauf schießen, ne? Der Kreuzer hier. Das Kriegsschiff. Ne, keine Chance. Warum auch immer. Ja, gut. Ähm, ihr schießt bitte dieses Tor da kaputt, ja? Damit wir da reinkommen mit den Spionen. So, wo sind die Spione? Ist das hier einer? Ne, das ist Erwin Rommel. Äh, Fallschirmjäger. Deutscher Infantress. Wo sind die Spione? Sag mir jetzt bitte nicht, dass sie kaputt sind. Wo sind die Spione? Da, okay. Ah, perfekt. Wunderbar. Ähm. Was? Ey, wie unfair. Echt. Lass doch mal ihren Transporter in Ruhe. So. Hahaha. Die Fallschirmjäger. So, Spion. Ähm. Was machen wir denn da? Wir holen uns hier ein paar Gebäude. Ähm. So. So. Hier auch, okay. Aber wir haben keine Ressourcen. Wir haben keine Ressourcen. Was schießt da auf mich? Haha, okay. Dann mache ich auch mal die Kirche platt. Ah, die Kirche geht nicht. Okay. Was haben wir dann hier? Boah, sind die stark. Schau dich das an. Die Spione sind extrem heftig. Okay, das heißt, wir können Panzergeschütze und Einheiten bauen. Ja, gut. Ähm. Ich brauche definitiv was, was nach oben schießen kann. Oh, so. Bazooka. Habe ich irgendwas an Luftabwehr? Ja. Das ist mir gerade ein bisschen viel, muss ich sagen, mit den Fliegern. Was machst du da, Kollege? Äh. Komm mal wieder hier runter. Ich brauche irgendwas an Luftabwehreinheiten. Gibt es hier irgendwo Ressourcen? Wartet mal. Gibt es hier irgendwo Ressourcen, Freunde? Ah, sieht schlecht aus. Ja, das sieht echt schlecht aus. Hm. Ich habe jetzt da noch zwei Spione, ne? Oder? Jaja, ich habe noch zwei Spione. Oder eine nur. So, Eivin Rommel, heilst du den mal bitte? Ah, die haben uns hier so ein bisschen belagert. Die Amis. Ah, da ist eine Panzerfabrik. Panzerfabrik. Okay, alles klar. Dann hol dir die Panzerfabrik, Kollege. Hol dir die Panzerfabrik. Ja, komm, ist okay. Flugfeld hätte ich mir gar nicht holen brauchen. So, zerstören Sie alle US-Gebäude. Panzerfabrik. Ein Agent hat eine große Reise, wurde existiert und für unsere Zwecke umgewandelt. Aber gut, wenn wir die Flakpanzer fertig haben, Freunde, dann können wir auch weitermarschieren hier. So, dann nehmen wir nochmal ein paar PA-Geschütze. Und hier nochmal was. Was nehmen wir denn da? Deutsche Infanteristen. Maschinengewehr. Sehr gut. Ein paar Einheiten, sehr schön. So. So, das heißt, wir haben jetzt hier Flak-Geschosse, die unzerstörbar sind, weil wir quasi einen Heiler dabei haben. Gut. Das heißt, wir können uns jetzt hier endlich um diese Drecksflieger kümmern. Hahaha, sehr gut. Babababam. Die Flakpanzer sind so heftig, Freunde. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Die sind so krass. So, bäms. Ihr tobt euch mal weiter aus. So, wunderbar hier. Alles klar. Das heißt, wir haben wieder ein paar Verstärkungen hier bekommen. Wir werden angegriffen. Und, ja. Dann würde ich sagen, machen wir das mal weiter hier. Flakpanzer, stellt euch bitte da, beziehungsweise macht diesen hier kaputt. Los. Bäm, 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 bäm. Dringend auf die Flakpanzer aufpassen. Schau euch hier an, die sehen richtig cool aus. Oh, alles wegballern hier. Oh, kein Bock mehr auf den Mist. Echt nicht. Und, ja, dann hoffe ich, dass ich vorher gefällt dir. Das ist Play von Empire Earth. Ihr seid ja auch wieder dabei. Hier finde ich auch cool. Ja, ist auch spannend. Aber wir haben es. So, durch die Flakpanzer haben wir jetzt wirklich einen Vorteil. Ja, dann können wir uns noch ein bisschen nach vorne bewegen, tatsächlich. Sehr schön. Sehr, sehr gut, Freunde. Das heißt, wir können marschieren. Jawoll. Oh Gott. Turm. Hör auf. Dankeschön. Da der Gegner jetzt alle Flugzeuge verloren hat, quasi. Was steht denn da? Och, nö. Da stehen Einheiten noch. Von Großbritannien. Ja, gut. Was wollten die denn noch? Wir sollen ja nur die US-Gebäude platt machen, eigentlich. Flakpanzer, ey. Beste Erfindung. Beste Erfindung. Alle Flugzeuge runterholen hier. So. Weg damit. Weg mit dem Mist. Achte Flotte. Pff. So ein Quatsch. Echt. Achte Flotte. Na ja, gut. Ähm. Da kommen wieder welche. Da kommen wieder welche. So. Ähm. Stehen bleiben. Auf den Angriff bereit machen hier. So. Bereit machen hier für den Angriff. So. Da habe ich noch eben welche. Genau. Oh shit. Oh. Ah, okay. Gut. Hahaha. Ich habe einen Heiler hier, Kollege. Bringt dir nix. Sehr gut. So. Schießt die ab los. Die achte Flotte. Zwei Flakpanzer, ey. Die sind echt gut. So. Dann rollt mal weiter. Alles klar hier. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, bevor wir hier zum letzten Angriff übergehen, würde ich einfach mal sagen, muss ich die Folge leider nochmal beenden. Aber dennoch würde ich sagen... Ach. Kommt mal. Kommt mal her. Ja gut, komm. Hey, bleib da. Wir brauchen dich hier. Die Flieger abschießen. So, wunderbar. Ähm, ja. Dann würde ich mal sagen, liebe Freunde. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und dass die Glocke läuten. Äh, würde ich mich sehr freuen. Jetzt hieß gerne weiter den Kanal. Und, ja, wie es hier weiter geht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Beim letzten Angriff quasi. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.